Musik Kein Platz für deine Projekte? Musik Du willst 3D drucken, aber dir fehlen die passenden Werkzeuge? Musik Manchmal fehlt dir das Know-How? Die Idee! Lasst uns eine Mitmachwerkstatt aufbauen. Der Makerspace Leipzig ist der Treffpunkt für alle Tüftler, Macher, Designer und Entwickler. Er vereint verschiedenste Gewerke unter einem Dach und bietet professionelle Werkzeuge für alle. Unsere Räume sind offen für jeden und gemeinsam können wir alles. Über geringe Mitgliedsbeiträge finanzieren wir den Makerspace. Wir unterstützen uns gegenseitig bei Projekten, arbeiten zusammen und lernen dadurch ständig Neues. Regelmäßig gibt es Workshops für Mitglieder und solche, die es noch werden wollen. Gemeinsam lassen wir den Makerspace wachsen. Auch für deine Ideen. Seit fast einem Jahr schrauben wir nun schon an der Makerspace Idee. Viel ist schon passiert. Geeignete und bezahlbare Räume sind bereits gefunden. Unmengen von Werkzeugen und Maschinen wurden uns bereits gespendet. Viele Workshops wurden schon durchgeführt. Mit der Villa ist nun auch ein starker Partner an unserer Seite. Wir alle brennen darauf, den Makerspace endlich zu starten. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Dieses Crowdfunding soll die nötigen Mittel aufbringen, den Makerspace fertig aufzubauen. Wir müssen noch Wände einziehen. Und die Elektrik installieren. Und eine Heizung einbauen. Und noch das ein oder andere Werkzeug kaufen. Dafür brauchen wir jeden Euro. Nur mit eurer Hilfe kann der Makerspace wie geplant am 1. April starten. Helft mit, dieses wichtige Projekt für Leipzig auf die Beine zu stellen. Eine Mittelmach-Werkstatt für alle. Jetzt unterstützen. Wenn ihr mehr wissen wollt, www.makerspace-leipzig.de www.makerspace-leipzig.de www.makerspace-leipzig.de